Dafür müssen die Kamera noch ein bisschen drehen. Damit wir besunken, ist heute nicht so deins, oder? Runter, 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 runter. Ey, ich seh nix. Pass mit. Setz dich, dann können wir anfangen. Ich bin gleich sofort bei euch. Ich könnte mir beide kaufen, oder? Nein. Man hat diesen fliegenden Rabenskopf und jetzt bin ich unstarf. Cover, mach dich scharf. Und... Ja. Nein. Ich finde, man kann so... Perfekt. Ja, ich rede ja schon, hier ist Treibsand. Ja, ich rede mehr... Ich kann da nicht mitreden, ist das Problem. Ja, wie sieht denn dein Treibsand aus? Ist der schön? Ist der gelb? Ist der orange? Wie ist dein Treibsand so? Ich sterbe gerade. Oh, alles gut. Ja, ähm, ist das... Sounds like a huge problem. Not gonna lief. Also, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich weiß, ich habe gerade voll gegen das Mikro geschlagen mit meinem Ding. Äh, mit deinem Ding. Ach so. Und das, was sie sagte. Ja. Hey! Warte auf mich! Oh! Ja, der kommt noch mit! Ja, aber für ein Ei habe ich gesagt, ist das okay. Und wenn ich sage, dass es dann okay, dann ist das auch okay. Und es wäre auch okay, wenn du die Audio-Terrors machst. Oh! Warum hast du nichts gesehen? Warum hast du nichts gesehen? Was da so geschrieben ist? Magie! Bei Batman. Ja, wer kennt es nicht? Batman! Der siebte Avenger. Weil es auch nur sechste Avengers gibt. Ja, deswegen ja der siebte. Es gibt mehr als sechste Avengers. Aber nicht im ersten Film! Gute Frage, wie starte ich jetzt? Und ja, wir haben ihn, ich sage zu oft und ja, ist euch das eigentlich schon mal aufgefallen? Ich gehe davon aus, dass Jan das vielleicht die ganze Zeit rausschneidet, aber falls nicht, ich sage sehr oft und ja. Lassen wir das. Warum gibt es jetzt ein Tier auf der Softbox? Das saß vorhin da oben. Das hat Zeit gebracht. Weil es fliegen kann. Möchtest du das Tier auch noch mit der Kamera präsentieren? Ja, wo bringst du es jetzt hin? Das Tier ist verschlossen. Jetzt bin ich von der Kamera präsentiert. Also wer dieses Tier kennt, darf es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, zwölf Minuten, wir haben noch nicht angefangen. Wir haben... Das war aber ein eindrucksvoller Wurf für so ein kleines Vieh. Hättest du jetzt die Szenen der falschen Hand gehabt und den Mikro geworfen, wäre das doch deutlich lustiger gewesen. Fuck! Fuck! Da kommt direkt die Strafe fürs Kilo werfen. Spider-Man... ...ist tot. Schade. 500 Insekten später. 500 Insekten später. Hey Siri, ist Tabaret Teil der Eniade? Entschuldige, das habe ich. Der hat daraus herbeikommt gemacht. Und der... ...muss ich sagen... ...ist... ...jetzt wirklich immer noch der... ...Fantastic Four-Typ. Also der... ...für den Fest... ...Pell! Haste diese ganze... Ich hasse es jedes Mal, diese ganze... ...eine... 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 Okay... ...versuchen wir es nochmal. Erster Eindruck Captain America. Ey, vielleicht hast du da gerade Endman getötet. Was soll das eigentlich? Nein, wenn dann Spider-Man. Sieht Spider-Man aus wie eine Spinne? Ja, wollte grad sagen, ne? Er hat vier Spinnenbeine gekriegt mit seinem neuen Anzug. Aber Tobi und Mario und Eno gar fehlt nicht. Die wurden aber von einer Spinne gebissen. Hab ich vielleicht gebissen. Dann hätte ich mich besser weiß, was sie wollen. Er wäre besser gebissen. Mann, der wird auch von einer Spinne gebissen. Mann, hat's groß nie mitbekommen. Richtig. Ja, der wird auch von einer Spinne gebissen. Aber er hat auch Spinnenbeine. Miles Morales wurde auch von einer Spinne gebissen. Ja. Aber die hatte ne 42. Die haben einfach doch alles. Miles Morales ist einfach die Antwort auf... Digga. Die sind noch nicht bei Spider-Man. Der braucht noch ein bisschen. Wir sind hier gerade bei Captain America 2. Wir versuchen es ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Erster... Erster Eindruck von... Nein, Iron Man drei nicht. Ich... Ich sagte alle... Nein. 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 Wir alle guten Dinge sind drei. Eigentlich wäre das ein guter Outtake. Aber ich glaube, das sollten wir rausschneiden. Weil das wird sonst zu lang. Ja. Das könnten wir als Outtake benutzen. By the way. Ich weiß noch nicht, wie das hier jetzt ausgeht. Aber ich verfolge gerade nur, wie Dave auf meinen April-Scherz reinfällt. Hehehehe. H äääh. Hehehehehehe. Ah ha 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 ha. Ah ha 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 ha. Euer sorry! Das war's für heute.